Ganz kurzes Vorwort zum Video, es tut mir jetzt ultra leid, dass ich das Video wieder in einem Zeitraffer mache, die 35. Tag in Folge. Allerdings, ich weiß nicht, warum es so ist, mein Mikro hat ultra gerauscht. Ich habe das jetzt im Stream, hat es gerade nicht gerauscht, beziehungsweise anfänglich gerauscht. Ich blicke da nicht so ganz durch, aber mein Mikrofon hat in der Aufnahme so dermaßen gerauscht. Das tut mir leid, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Wenn ja, würde ich mich ultra über Like, Abo, Abo, Like, Like, Abo und Like und Abo freuen. Bis dahin, ciao! 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 Bis dahin, ciao!